Ah. Komm, warte mal. Ich hab doch hier... Ne, nicht Edge. Schmor. Hinsetzensee. Schmor häupt alle Flächenangriffe. Ah, nein. 141. Weil ich ja mit Schmor noch nicht mal, obwohl das auch so eine dritte Stufe ist. Gott. Haben die alle überlebt? Flieht. Was ne Pussy. Die hat verfickt 341 Mana. Und nochmal. Können wir jetzt irgendwie ein bisschen überspringen hier? Den Weg haben die extra so gemacht. Und warte mal. Ich schalte aber eben den Tab aus. Jetzt wird der Sound ein bisschen spacken. Spacken. Oh. Oh, den mach ich wieder an. Ähm. 3, 1, 2. Loshebel. Cengiz. Äh. Jenseits. Clear. Wie darf ich sagen? Multischuss. Das trifft. Das trifft. Oh, ich muss ja. Alter, da hab ich nicht drauf geachtet. Tschüss. Was ist denn mit dem Jesse gehalten? Oh, hab ich den denn nicht geheilt? Das ist doch scheiße. Oh. Wär ja auch zu einfach gewesen. Wär ja auch zu einfach gewesen. Hä? Was habt ihr gesehen? Was habt ihr gehört? So. Schauen wir uns mal um. Ich würde sagen... Oh, warte mal. Ich sehe gerade Alchemie-Kessel. Ach, da ist zum ganzen Tag noch was drin gewesen. Hier. Starten. Ne, ne, ne. Zurück. Was ich eigentlich wollte, war... ...Baumrenner rufen. Benutzen. Klingeling, 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 klingeling. Okay. Ist auf einer Insel. Ich dachte, den Tiger hab ich mal bei mir. Oh, jetzt komm ich schlippschlau, komm ans... Oh. Wuhu machos. Zack. Krall corporativus. Du-de-duude. Uh oh Uh oh Just Okay, sie gehen, muss ich dazu sagen, sie gehen, aber da hat er noch ein nahtes Stückchen vor sich. Scheint auch noch einen Weg zu geben. Da ist eine kleine Stadt anscheinend. Achso, die können wir schon, greifen plötzlich an, mit einer mega Schwächung. Vakuumhiebe. Ich könnte hier Gepäck nehmen, den hier. Keine Ahnung, was der Bogen macht. Noch nie ausprobiert. Ja, die mega Schwächung. Heilt hin. Ach, damit kann man heilen. Stand das doch bei? Okay. Möchte ich ja mal wissen, äh, jo. Was macht der? Äh, okay. Und, ähm. Ah, okay. Da ist eigentlich ein Monster. Da ist eine Kuh. Erstmal hier, dann kam glaube ich mal am besten, da ist immer eine kleine Stadt. Schauen wir mal hier noch, ich weiß sie hier leider nicht. Hoffentlich gibt's da ein paar Sachen dazu einkaufen. Und wir haben erstmal ein Teleportationspunkt hier. Und erst mal umgucken hier. Oh. Lass mich da hin. Kleinen Schimärenflügel, es hat Bimbom gemacht. Klumpen Lapppulver. Schickes Dorf, aber ... Gehen wir jetzt mal Hütte zur Hütte? Guten Tag. Wow. Banditenpanzer, Flammenpanzer. Oh, der ist natürlich geil, der Banditenpanzer. Was macht der denn? Oh, der ist natürlich auch geil, der Helm. Kostet, kostet 13.000, na ihr seid da verrückt, ihr Charmeur. 13.000, das heißt, ich würde den Panzer verkaufen. Aber warte, was machen wir mal? Ja. Nein. Genkis. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Ich kann aber alles öffnen. Jetzt kommt Banditenpanzer. Ah, okay. Speziell in Arznei. Die Mini-Medaille ... Fünf befehlen uns da, glaube ich, ne? Da ist der Älteste bestimmt. Ich finde das gut, dass die Dinger hier auch so Pflanzen sitzen. Ah, hier ist ein Priester. Halbklink. Ich komme da schon rein. Warte, ich kann jetzt sagen, ich komme überall rein hier. Wo ich will und wo ich nicht will. Ah, ich kann mich auch so unsuper. Eine frische Flasche Milch. Nein, brauche ich ja nicht. Mal zurück. Warte mal, ich will das Team ändern. Das hier. Austauschen. Gegen den. Ja. Äh, ja. Und Austauschen gegen Goldman, ja. Achso, ich wollte in den Alchemie-Kessel schauen. Hat seit mir einen Baum gemacht. Und... Das war, glaube ich, da. Lapppulver. Äh, Lapppulver. Ne, Milch. Jetzt brauche ich Lapppulver nochmal. Auf diese alte Plürre denn. Ja. Ich glaube, das war ein Käse sogar. Ja. Weicher Käse oder so hieß das. D, 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 D. Den speichern können wir auf jeden Fall da. Was geht ab? Talent. Talent.